Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es Eis. Was hast du? Ich habe Stracciatella und Choco Crunch, äh Coffee Crunch. Und ich habe Mango mit Schokolade. Oh, ist eine Farbe. Ja, das sieht voll krass aus. Normalerweise nehme ich immer zwei Obstsachen oder ja, Obstsachen. Gemüse wollte ich schon sagen. Gemüse ist mhm. Warum nicht? Und ey. Was ist denn da? Schmeckt Kaffee, ja? Schmeckt gut. Aber diesmal habe ich gedacht Schokolade mit Mango, das klingt gut. Gute Mischung. Ja, finde ich auch. Wir setzen uns da jetzt hin und essen unser Eis gemütlich. Oh ja, komm. Hunde dürfen auch nicht fehlen. Nein. Leo, komm mal her. Leo. Der hört gut. Leo, komm her. Leo, hallo. Hier sind wir. Ja, hier zwei. Wer will Kaffee-Eis? Ich. Ich habe schon irgendwas geschlappert. Oh, nicht schlecht. Okay, ich muss eins essen, sonst tropft es. Das ist das erste Eis in diesem Jahr. Stimmt. Gut, wir haben zu Hause mal so ein kleines Stieleis gegeben. Ja, stimmt. Aber so ist das erste Eis. Und man hat mal gegönnt, mal in die City gefahren und ein Eis gegönnt. Ja. Bei uns draußen gibt es ja kein Eis. Bei uns gibt es keins. Stimmt. Heute hat es doch auch 17 Grad. Das ist voll krass. Schon voll warm. Voll angenehm. Schön so. Kann jeder Tag sein. Ja, willst du was? Boah, du Tep! Hoppla. Toll. Was du kannst, kann ich auch. Ja, aber nicht so übertreibend. Ja, ich musste die Kamera führen. Toll. Mein ganzer Mund klebt. Ja, frag mal nicht. Wer anfängt, kriegt es retour. Und zwar doppelt. Mango, magst du ein bisschen Amy? Amy, magst du ein bisschen Mango? Mh, Eis! Mango, Mango? Da kommt er wieder zurück, ne? Ja, ja, ja. Boah, was ganz was Gutes. Bisschen ist okay. Ja, ja, ja. Na dann. Jetzt genießen wir erstmal unser Eis. Jawohl. Ey, geh weg! Eiskopf, du Eiskopf. So, wir haben uns jetzt noch einen Sonnenplatz gesucht. Sehr Sonnen. Und sehr warm. Und warm, aber trotzdem, da schmeckt das Eis gleich noch besser. Ich wollte ein bisschen was. Nein, was soll das denn? Du hast noch was angefangen. Aber nein, ins Gesicht. Mh. Das ist mal in die Backe, das kannst du nicht mal ablecken. Das weckt dann der Leo ab. Das will auch keiner. Also süßer kann man nicht betteln. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das süß. Oh mein Gott, Ebi, du bist so süß. So. Ja, wir sind zu Hause. Hallo. 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 Und, ähm, genau. War schön. Endlich mal wieder schönes Wetter. Da kann man endlich wieder was machen. Und, äh, wir sind jetzt zu Hause. Mal noch ein bisschen was zu Hause. Chillen. Bisschen zocken. Und dann ist der Tag leider schon vorbei. Naja. Aber das nächste Wochenende kommt schon. Und da wird's bestimmt auch schön. Und dann gibt's endlich Sommerreifen. Ich lieg ja schon ewig in den Ohren mit den Sommerreifen. Morgens sie drauf? Na. Du hast ja recht. Morgens ist es kalt. Und dann ist er ablädt mit Sommerreifen. Dann sind sie so hart. Naja. So. Naja. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hab's euch gefallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Was... Das war gerade elegant. Ähm. Was ihr, äh, so an dem Wochenende getrieben habt. Und was ihr bei so schönen Wetter macht. Genau. So. Bis dann. Tschüss. Tschüss.